Oh, es leidt, es leidt. Ich bin schon im Flieger. Jep. Ja, vorher gibt es keine Möglichkeit zum Abspeichern, ich hatte noch kein Bett dazu. Ja, vorher gibt es keine Möglichkeit zum Abspeichern, ich hatte noch kein Bett dazu. Na? So, meine Stream läuft jetzt auch, ein Neustart hat geholfen. So, meine Stream läuft jetzt auch, ein Neustart hat geholfen. Ähm, mein schießt mich damit? GTA, GTA, äh, GTA 5, ja. Okay, äh, hier hast du ein Häuschen gemacht, okay, hier kann ich abspeichern. Ich möchte ein etwas für den Anfang. Okay. Habe ich kurz gemacht und weiter geht's. Komm, Pflanze, lecker. Danke. Oh, ne Schüssel! Ein Kochtopf! Yay! Hey! Okay, welche Powerweiser willst du vorgehen? Äh, verrückte Powerweiser oder... Ach ja, ähm, magst du noch die einen Stellen, damit wir uns gegenseitig die Häuser nicht kaputt machen aus Versehen, oder dass die Viecher uns das kaputt machen? Ach ja, ähm, magst du noch die einstellen? Ja, ich weiß, was das geht, aber ich weiß nicht wo. Äh, irgendwo, ja, dort. Ich weiß, was das geht, aber ich weiß nicht wo. Ich hab schon mal zusammengespielt heute in ein paar Leute und da haben sich, äh, zwar Häuser nebeneinander gebaut, auf einmal war's fast fertig und die Häuser sind verschwunden. Es hat dann, äh, kein Spaß gemacht, ne? Das ist sogar... Ja, immer was bauen zusammen, dann haben wir was Großes, äh, schicke Miki. Wie viel Zeug will ich schon da auf einmal bauen? Uh, das ist ja hier ein Weltenbaum hier, so ein grosser Teil hier. Spitze. Schöner Baum. Wo, äh, hin brauchst du Steine? Schöner Baum. Wo, äh, hin brauchst du Steine? Justus unter Reif Knight. Brenen, brenen! Andere Honig. Ein Hiechsen. Ein Hiechsen. Bleib stehen! Bleib stehen! Nicht im Zickzack heraufzulaufen! Nein, ich erwischt es einfach nicht. Ich sehe es nicht mehr, es ist zu dunkel. Oh, Henry, Henry, Henry. Da, hast du das erwischt? So, gehen wir schlaufen. Ja, hast du das erwischt. Moment, hier kann man aufspeichern, hier kann man gar nicht schlafen. Was ist denn das für eine Hütte? Ich brenne, ich brenne, ich brenne. Schön warm. Du hast das im Inventar im Trank. So, und das Heil nehmen, hier drauf auf das Feuer. Und hopp. Tschüss, go, bäh. Naja, okay, hier wird das eine. Aber ich sag, einfach nur, bäh. Oh, ein Vogel, ein Vogel, ein Vogel. Moment, mal hier, wo haben wir keine Ahnung? Äh, ich bin schlafen, auch. Lapschal! So, aber, wie war das nochmal, I, für Inventar? Moment, 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 Moment. Zack, 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 ein Speer, okay, wunderbar, ab und schlafen. Äh, zerdrücken, ne? Okay. Ja, ein Speer. Okay, ich bin bereit. Vielleicht zur Seite gehen, so. Morgen. Alter, hab ich in Schlafkart. Ich brauch Fleisch. So viele Pilze hier, so viele Pflanzen, die man essen kann. Wahnsinn. Du, äh, 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 warte, waffen. Äh, Inventar, Axt ausrüsten. Äh, in der Axt. Da, in der Axt. In der Axt, keine Ahnung. Ich weiß, dass es irgendwo eine Axt gibt, äh, die muss ich irgendwo schnappen kann. daneben schon wieder daneben bleibt doch stehen verfliegt doch mal nein ich will den baum hauten ich hab's erwähnt wie das dürftet so ein bisserl fleisch hinklick aufs feuer gut das heißt wir können hier theoretisch hier auch ein äh wo sind wir hier wo auf die stelle ne gut hirn gibt's davon hier jede menge genau keine wahnung so lange hätte ich gespielen können noch ein paar blätter wir aufmachen dabei aus lagerfeuer blablabla ein vogel bleib steh bleib steh bleib steh daneben 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 oh bleibt doch verflucht ok ich gucke mich mal ein bisschen um ich weiß gar nicht wo wir hier sind ok ich gucke mich mal ein bisschen um ich weiß gar nicht wo wir hier sind da fliegen doch Vögel herum hau einfach deine drauf oh hier ist noch ein Topf hier eventuell ja und Klebeband oh hier ist noch ein Topf hier ja das sind Tabletten, Vitamina, ja da ist es genau wusste ich da da kann man auch ein paar Seile nehmen, die sind ganz gut für den Anfang wenn du das anfängst zu bauen, große Fallen, dann kommen die riesige Viege, das wird dann wirklich schwerer desto größer du irgendwas bauen tust, also zumindest das letzte Mal wo ich gespielt habe gerade haben wir mal eine riesige Falle gebaut, was so größer war wie wir sind auch einfach irgendwelche Mutanten herkommen solange wir noch sowas nicht gebaut hatten, war alles friedlich oh, Schildkröte brauche ich den Panzer äh genau wenn er kommt, wer mit dem Panzer ja gut, die sind zwar gut, aber wir brauchen die noch nicht da ist Glas drin da ist Glas drin und so ein paar Teile dafür Elektronik ja das sind so rote Blaue, ne help? ok oh, ein Schwudelhäfchen, juhu help? ok, habe ich keinen Schlüssel dazu ein Futter etwas zu essen Kleingeld Milch Uh, sehr schön was zu essen Cola äh Schokolade ok, ich kann hier abspeichern, ich kann hier auch schlafen Schokolade ich habe alles braucht du kannst aber nur ein paar zu nehmen okay auf dem schiff drei seile gefunden und natürlich schmuddelt häffchen das dürfte nicht fehlen so ab geht's das wasser ist so schmutzig ich glaube man später kann man damit was anfangen jetzt noch nicht ein laptop das natürlich nicht funktioniert oh klebeband wunderbar schon wieder klebeband schon wieder klebeband was haben die eigentlich hier nur klebebänder ja nur so ein scheiß kriege ich raus von der kisten so ein tennisball und weg damit ich habe mal auf spaß man auch versucht hat dass er mit den tennisbällen zu bewerfen und zwar auf die hörner ja da geht es mit dem bogen auch mit der schleuder sehr 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 schwer so hier ist ein graf ok ja ein graf ersten kraft mit dem kreuz wurde jemand beerdigt eine kassette ein wort man ja ich kann jetzt musik unterwegs so moment was für musik aber batterie ach ja ich muss die kassette rein nicht mal was wenn immer mal ok kassette eins kassette fünf was machen wir mal sack und sack kombinieren kassette eins wieder kassette 1 kassette 5 Sonne leuchtet. Kein Flieger zu sehen. Weit und breit. Geile Musik. Gefällt mir. Ist zwar eine alte, aber gefällt mir Tracis. Na ja, muss ich auch das Zeug finden. Das wünscht er auf der Yacht. Uh, Vogel. Muss man aber sparsam sein. Nämlich. Flasch hab ich, Flasch hab ich. Ich hab zwei Vögel ausschlagen vorhin. Ein Vogel reicht mir für die Hälfte. Wo ist denn die her? Der hat noch keinen Bogen in den Schlecht. So, langsam krieg ich Hunger. Panzer hab ich. Nämlich. Ziemlich. Tannenweise für Schlechtel. Moment. Kann man das Wasser drücken? Ja. verbesserte axt ja mit der axt was du da erhascht kannst du ja lange umgehen also ich weiß nicht ob die wort kaputt geht oder geht ihm oder geht ihm mit der zeit kaputt hier sind fische wo ist er wo ist er wo ist er Froschi Froschi Frosch Ach hier kann man trinken Jawoll Äh ne das war stutum nicht gut Frosch hat da reingekackt Ähh ne das war stutum nicht gut Frosch hat da reingekackt Mit der Axt. Oh, ich sperr. Wie oft hast du reingeschmissen? Echt? Moment, Moment. Hier war doch grad ein Reh. Wo ist das hin gerade? Das war direkt hinter dir. Oh, ein Vogel, ein Vogel, ein Vogel. Moment, hier ist ein Pilze. Blöken, die man essen kann. Moment, hier ist ein Pilze. Blöken, die man essen kann. Blöken, die man essen kann. Wow. So, nein. Ein Fisch, ein Fisch, ein Fisch. Wow. Ehm... Let's see. Nein. Würd ich jetzt noch nicht machen. Aber kannst machen. Das ist deine Schere. Würd ich jetzt noch nicht machen. Aber kannst machen. Mutanten? Nein. Arme? Was sind die Gegend herumflacken? Ein paar Hände, was sind die Gegend herumflacken? Was sind die Gegend herumflacken? Ein paar Hände, was sind die Gegend herumflacken? Ich wollt grad losschmeißen. Oh, oh. Das ist nicht gut. Hast du das hier gebaut? Ja, ich will nicht bauen. Ich hab grad losschmeißen. Ist das hübsch. Hast du das hier gebaut? Ihr Wahnsinn. Der, totales Kunstwerk. Ähh, ja. Jede Menge sogar. Gut, äh, kann man hier bei dem Haus hier, im Traumhaus machen? Äh, ja. also wollen wir hier jetzt hier ein dingens machen ein lager gut dann mache ich mal hier hinten die schildkröte hin wenn es regnet damit wenn es hier nämlich hineintropft b drücken b drücken Ja, Knopfdörsen. Ich wollte gerade einen machen, aber ich suche gerade hier das Gedünste mit dem Schildkröte. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Ich wollte gerade einen machen, aber ich suche gerade hier das Gedünste mit dem Schildkröte. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Wasserbehälter für Schildkröte-Panzer. Wasserbehälter für Schildkröte-Panzer. Ah, da kannst du unten. Ja. Ah, da kannst du unten. Gut. Ich wollte es eigentlich hier haben, auf dem Baum hier. Der ist nämlich ziemlich gut neben dem Weltenbaum hier. Genau. In dem Breiten. Keine Ahnung, wo es nicht. Mal gucken, Moment. Äh. Bäumchen, Bäumchen, Bäumchen. Mal gucken, Moment. Äh. Außerdem. Die Bauern flächeln wollen... Wie wir bauen... Es geht gar nicht ein dry 위en? Einreif. wööööööö-auktrend. nicht aufs Meer hatten, etc. So. Hier. Was meinst du? Haha. Gut. Ähm. Seil ist da. Jetzt brauchen wir Stämme. Haha. Hahaha. Gut. So. Der Seil habe ich vom Schiff. Genau. Aber ich kann schon auch mittlerweile Seile erstellen, aber ist kein Problem. Aber ich kann auch mittlerweile Seile erstellen, aber ist kein Problem. Aber ich kann auch mittlerweile Seile erstellen, aber ist kein Problem. Dann hätte ich nicht so alles verschwinden. Ach, okay. Geht doch nicht. Achja. Guck mal zu mir hin. Siehst, was ich in der Hand habe? Achja. Guck mal zu mir hin. Siehst, was ich in der Hand habe? Achja. Siehst, was ich in der Hand habe? Achja. Guck mal zu mir hin. Drück ich einmal drauf, höre ich Musik. Kennst du das nicht? Ja, ich höre es aber. Und davon hat man dann zwei Kassetten, da läuft dann Musik. Oh, es regnet. Scheiße. Es kann nicht amocken. Ich bin der Nass, okay. Sooo. Da konnte ich gerade eben nichts machen. Nächster Weg von hier ist so ein klitzekleiner Teil, sagen wir mal. Fünf mal fünf Meter und da war er drinnen geschwommen, dann habe ich ihn noch ermordet, wollte noch den Frosch haben, aber der ist mir entwischt. Kann man schon schlafen gehen? Nein, noch nicht. Doch, gleich. Moment, ist gleich da. Fertig. Zum Glück, der kann von mir aus wegbleiben. Wenn die Kleinen kommen, kommen irgendwann später dann die Große. Und die Große sind schon mal etwas... Nein, danke. Okay. So, ich bin fertig. Juhu. Ii, es regnet ihm noch. Na gut, ähm, da ist ein Vogel. Du, 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 du. Tück, tück, tück. Ah, was soll? Der Speer ist neben mir vorbeigeflogen, geht's doch. Ich hab' nicht geschaut, wo du hinschaust, also auch mein Fehler. Ich renne auf das Rätsel und der Speer fügt neben mir vorbei. Da hat's auf mich abgesehen. Aber auch gar nicht. So, mal gucken, ob wir überhaupt einstellen. Wie viele haben wir noch? Ganz kurz. Gut. 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 Gut, gut. Gut. Ja, mein Bauch kaputt macht. Ich hab's gehört. So, mal kurz meinen Stream geändert. Streamname, Streamname, dann der Stand GTA, Geld verdienen. Ich hab jetzt geändert auf, das Leben ist nur ein Spiel. Hula, da schliebten, ist fertig, ab geht's. So. Nicht besser, du musst so weiter weg, musst du besser. Ich stell's mal hier hin. Erst wollte er mich mit nem Speer hier abmoxen, jetzt versucht er mich mit nem Baum hier umzuklatschen. Nee, 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 das geht aber gar nicht. So, wo sind denn die Stimme? Äh, wo ist die Bucht? Du bist gerade sowas. Äh, Horrorclown. Äh, Horrorclown. Passt zu deinem Namen überhaupt nicht. Ja. Ja. Das Gesicht. Horrorclown passt zu deinem Gesicht nicht. Ja. Das sieht so aus. Dafür siehst du zu Indisch aus. Mhm. So viel kann man eigentlich drauflegen. So, circa zwölf, äh, 13. Ja, ja, zwölf aber 13 mehr geht nicht. Zwölf bis 13 geht da drauf und das passt dann auch. Ich hol's ihm ab und äh... Ich hab's nicht mal was... Ich hab's nicht mal was... Ich will mich eindeutig verschlagen... Der hat's weg... Ich hab's nicht... Hi... Der will mich eindeutig abschlagen... Der will mich eindeutig abschlagen... Ja ich dreh mich um auf einmal. Zack... Volle Schnauze. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich möchte eine Terrasse machen. schlag vogelfutter leckeres wasser was kann man noch an der terrasse machen wir müssen das haus schön bequem haben ich kann nichts weg machen ja sie wirst du wirst das sah noch so aus Vielen Dank. Bei dem dämlichen Haus kann man ja gar nichts erweitern. Also ich kann hier nichts machen. Ich kann keine Schwebel, also zu einer Brücke machen. Kann ich nichts anhaken. Also ich kann hier nichts machen. Ich kann keine Schwebel, also zu einer Brücke machen. Kann ich nichts anhaken. Nö. So, vielleicht klappt es bei dir. Achja, Moment. Ich muss ein bisschen Musik hören. Ja, ein bisschen Musik hören. Mal aus. 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 Your fart war. Let's just run. Ich habe umfassendes Höchstens gemacht bei dem Blitz, aber noch fast. Ich habe ein Fassendes Höchstens gemacht bei dem Blitz, aber ich habe ein Fassendes Höchstens gemacht. Die Kälte sind in der Mitte der Kälte. Das war's. Die Zutaten werden mit einem Schraubchen geöffnet. Okay. Vielen Dank. Was soll denn das? Was soll denn das? Fazit Speer hat nicht geklappt, Bäume hat nicht geklappt. Jetzt hat er versucht mit der Axt mich zu abschlagen. Hat auch nicht geklappt. Ich bin gespannt, was er noch zu alles versucht. Jetzt versucht er es langsam auch direkt. Ohne dass es aus Versehen aussieht. Hush, weg. Hush, weg. Hush, weg. Hush, weg. Hush, weg. Hush. Vielen Dank. Was hast du vor? Der Rotte! Was hast du vor? Wo bist du hin? Wo bist du hin? Wo bist du hin? Verflucht. Wo bist du hin? Wo bist du hin? Nein, 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 ich hab gerade einen Eichen gekjagt. Nein, 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 ich hab gerade einen Eichen gekjagt. Nö. Damit kein Gras mehr ist. das kreis geht innerlich weg ja das ist dann zur richtigen fahrt denn mit dem ganzen kras hier in der dinge station hier wo wir sind ist ein bisschen ja das sieht doch gleich besser aus mein versuch ihn zu töten hat fast geklappt seine versuche scheitern alt verwalt kann man den baum hier drin nicht kaputt machen also hier man ja auch reingehen kann entwickelt das ist kein zivilisierter menschen das ist ein kognibar der wird viel viel fleisch haben am besten legen sich gleich gehe weg ja 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 So, um, Für was? Wir haben doch ein Schwebehaus. Für was? Wir haben doch ein Schwebehaus. Für was? Warum hat es die Sammelung? Äh, hier. Was? Warum hat es die Sammelung? Äh, hier. Ja. Da ist er, da ist. Wir haben doch ein Schwebehaus. Dich. Das war's. Einstamm. Dann kam mit den Federn von den Thieves uns sammeln. Naja, nach oben muss man auch noch klettern. Das kostet Kraft. Oh, ich hab Hunger. Mein Fleisch. Ja, das ist getrocktes Fleisch. Schönes Wasser. Mal gucken, ob ich da hinspringen kann. Mit dem Kopf dagegen. Herrlich. Okay. 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 Sekhleikum. Entschuldigung. 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 Vielen Dank. 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 Ja klar, insbesondere wenn sie auch selbst brennt. Juhu. Ja. Ja. Schade. Du willst doch nicht wirklich leichen essen. Ein Vogel gibt dir hier mehr als genug. Ja. 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 Oh, der wird auch Pumse getretet. ach du machst das da unten das ist aber das ist aber nicht gut da kann man nicht weiter nach oben das machen an dem baum so gratis das ist scheiße ja jetzt muss ein bisschen drehen müssen naja ein bisschen das wird komisch aussehen aber ok da wo ich bin ja 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 Bleib stehen! 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 Okay, klar! Einseilen! Einseilen! Ja, hab ich! Moment, gleich komm ich! Zack! 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 Ähh Şimdi behalte ich am besten! Zack, zack, zack! Nehm ich, nehm ich, nehm ich Nehm ich, nehm ich Nein Ich komm Ich komm Ich komm Verflixt. Verflixt. Ja, was denn? Ja, deswegen habe ich auch gemeint, dass es ein bisschen höher wäre, nicht schlecht. Ja, deswegen habe ich auch gemeint, dass es ein bisschen höher wäre, nicht schlecht. Kann man das auf den Baum machen? Das ist über ein Loch. Ja, das ist ein Loch. Ja, das ist ein Loch. Ja, das ist ein Loch. Das ist ein Loch, das ist ein Loch. Ja, das ist ein Loch. Ja, das ist ein Loch. Dann kann man so eine kleine Fettung herunter machen, ja. Ob sie dann auch länger erhalten wird? Ob sie dann auch länger erhalten wird? Wiii, das ist gut. Kann man hier was mitmachen? Moment mal, was ist das so? Das heißt, wir müssen ein bisschen drehen. Fünf Teile? So viel habe ich nicht. Ich habe das letzte gerade draufgepfeffert bei dir. Fünf Teile? So viel habe ich nicht. Ich habe das letzte gerade draufgepfeffert bei dir. Wow. Schick, ne? Und ein riesiges langes... oder er hat gesagt, ein ziemlich ziemlich langes Hal, was nach unten führt. Ich brauche was zu essen. Oh ja! Ich brauche was zu essen. Ich wollte an die Feuer machen, aber da war Fleisch drin. Auch gut. so auch nicht gesättigt ich nehme es gleich weg ich wollte es nämlich ganz hoch machen aber wenn ich hier bin im Haus ist das Haus höher als das ganze schmarrter deswegen nehme ich es weg aber wenn ich hier bin im Haus ist das Haus höher als das ganze schmarrter ach wir hatten schon was gebaut über 200 eine riesige Mauer dann so dieses Zinter was du machst dieses Seil gedrins und dann noch ein Zaun ums Lager herum mit dem Gebäude ein kleiner Lager noch dabei mit dem Gebäude Deine Mähne muss weg Deine Mähne muss weg Deine Mähne muss weg Deine Mähne muss weg und du hast Brillen eine goldene Brille Mähne ohne Schnaubart Gehe weg gehen weg Da hat mir da nicht mal was übrig gelassen. Ja, hab ich. Stirb! Ich geh doch. Ich bin mit vollen Dingens draufgesprungen. Voll mit Anlauf. Ach, schlag? Ich geh noch drauf. Ich geh noch. Ich geh noch etwas ins Feuer rein. Ein bisschen gebratenes. Schön warm. Doch, und Vogeln auf der Hand. Yay. Ey, zeig mir nicht den Arsch, du. Gästlicher Vogel. Ja. Ich zeig mir den Arsch, du. Schon. Ja, aber Shutters nicht stippst. Äh, Speicher oben einfach einmal ab. Fertig. Ich zeig mir einfach einmal ab. Ich werde hier auch noch nicht. Jo Test test 3 2 1 2 Test test 4 1 Da steht eine Freiheit-Statue. Wie viel noch? Das ist warum. Nein, 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 nein. Das ist warum. 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 Das war's für heute. 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 Okay. 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 Das war's für heute. 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 Wie, sonst geht's? Das wir sind verteilt haben. Das ist der alte Warte. Das ist der alte Warte. Das ist der kleine Warte. Hier ist ein Walkman. Hier. Vor mir. Und? Sisicht nicht? Hier ist ein Walkman. Ich hab ja schon ne, also teuer Anten als Paul Hey, pst Pst Scheiße Anten als Paul Jopp Jetzt werd ich's nicht mehr Bin zu weit weg von dir Oh, ein Seil gefunden Und noch eine Seile Hier, sammelt die Seile ein Uh, hab neue Klamotten Jawohl Und noch eine Seile Sammelt die Seile ein Klamotten Jawohl Noch eine Zeit Hier, Flacken irgendwo Seile Hier hinten auch Ja, auf mich zu schubsen Ja, die sind auch Nicht so'n langweilig, hier kann man nichts mal kaufen Nicht so'n langweilig, hier kann man auch mal kaufen Oh, komm hoch Aber ich dachte, sie ist tief Deswegen Aber ich dachte, sie ist tief Deswegen Aber ich dachte, sie ist tief Ja Boah, hier wird's kalt Hier wird's verdammt kalt Warte mal, warte mal Äh, zack Nein Donnie Also ich frier bis zum Kidd nicht mehr Klar durch die Star-Wars-Schwerter das war auch eins gemacht aber jetzt sehe ich noch weniger als vorher schokolade alle meine was ist das stoff und stoff essen gut dass man hier viel schokolade findet also hier ist ein wirklich dran weiß schädel wahrscheinlich also ich bin wirklich schmissen spielzeug ja schade ich kann keine schopplatte mehr nehmen was ist das denn lassen wir nicht allein was ist das ein stein noch ein stein noch ein stein noch ein stein ein stoff ist ja hier kann man tauchen und hier geht ganz schön drunter was fix nochmal ich aber ich habe keinen taucher gedöhnt jup zwei stück druckflaschen zwei stück ich brauche aber zum tauchen ja ja die kriegst du da irgendwo und auswischen kombinieren und stop hast du roboter dinge zu bekommen irgend was spielzeug kann ich das teil haben ja du hast da bei dir so eine metall schüsseltablett du hast da rein und dann tut den kopf da rein legen dankeschön ich versuche gerade eins mit dem hier zu kombinieren moment mal habe ich es nicht bekommen ja hast du das bei dir oder hast du das nicht ach wir haben es in der hand ich nehme zur ang und und ich 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 Münzen, 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 wo habe ich hier die Münzen? Ich habe sehr viel gebastelt. Scheiss. In der Richtung, ja. Äh, Kopfbombe. Geil. Woher hin? Woher bist du? Da oben? Wie willst du da hochkommen? Ach da. Geht's nach oben? Meine Güte. Ich muss das nicht rauskommen. Komisch, ich sehe ohne Fakkel viel weiter als mit Fakkel. Oh, noch ein Roboterteil. Dankeschön. Oh, hier ist ein Schmuddelhäufchen. Oh, ja. Ein rotes... Genau. Du hast ein Flugzeug wie ich sehe. Oh, ja. Genau. Du hast ein Flugzeug wie ich sehe. Okay. Fliegerstuhl, ja. Oh, eine Flasche. Ein Stock. Noch ein Stock. Noch ein Stein. 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 Ja, bin ich hoch. Und davon habe ich nämlich gerade hier die Kopfbombe gebastelt. Und dieses Gnünster, was da in den Container war. Ich muss hier ein wenig schicken. Geht nicht. Ich kam hier an. Ich komme hier an. Ich komme hier an. Hier ist dann an. Entschительно? Nein. Warte mal, Warte mal. Warte mal, warte mal. Warte mal! Nein, Spray ich stop! Warte mal! kannst du was sehen ja guck bei mir in der hand also ich kann es irgendwo hinlegen und dann macht es kaputt soll ich machen ordentlich rutsch so viel kann jetzt wieder zurück sagt euch seh ohne fackel weiter als mit Oh, hier flacken Hände Sehr viele sehr viele Okay. 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 Osos. Ich glaube, wir müssen hier langsam raus. Ja. Naja, hier ist nichts. Wirklich was. Okay. Wirklich. 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 Dass wir mal ein bisschen wieder zurück da, was gehört hat. Jep. Ja leck mich doch gewurscht! Ich hab mich jetzt erschrocken! Fledermäuse, verdammte! Oh, das war so plötzlich! Ok, es sind zwei Gänge, ich geh Richtung Licht Ich bin draußen! Glaub ich! Ist auf jeden Fall dunkel! Ja, jetzt geht's weiter! Ja! Na ja, wir erkunden die Insel! Jede Menge Beine! Und Körper! Moment mal, irgendwo hier muss es einen Weg nach oben gehen Er muss irgendwo ein Seil runter gehen Schau dir mal geschätzt um Denn ich war in so einer Höhle gewesen Wo unten also genau so was herum flackte Und da steht ich... Ah, da ist das Seil! Nichts für weg! Doch, doch, ich hab ein paar Snickers! Doch, ich hab ein paar Snickers! Es ist doch... ... und so... UPMT, ich denke, es ist weg Oh, Feuerlöscher Hier Oh, nein, das ist eine... Wie heißt sie nochmal? Oh, Feuerlöscher Ich komme jetzt nicht drauf Spraydose oder so? Arschgesicht Arschgesicht Habe ich wirklich gedacht, da kommt jetzt was Arschgesicht Oh, ein Benzinkanister Benzinkanister Kassette Was ist da? Da war nichts mehr, okay Nein, nein, nein Kassette Bedeutung 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 Hallo victim ja für die unter wasser brauchen wir ja die maske und die habe ich noch nicht ja da war ich und hier ist das krabbe der vor dir rechts jetzt rechts da kann ich auch ein paar kassetten antwort man sammeln die flacken im auto du kannst die hei dem sefratze als dingens nehmen dekoration hei dem sefratze als dingens nehmen hei dem sefratze kannst du eine dekoration nehmen falls du es da weghacken kannst du kannst auch damit du kannst damit auch kämpfen das wurde das 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 Auf geht der? Ja, klar machen aber lass mich erstmal ins Haus gehen und dann absprechen So Wie zum Teufel, was zum Teufel, mitten im Regal ist ein warm hochgewachsen Ja, hab das Regal da rechts an der Seite gemacht und hier ist ein Baum hochgekommen Dann kannst du hier unten abhocken, aber, oder kannst du auch sein lassen sogar Ein paar Flaschen hinlegen Die Pfand, ne? So, warte mal, nochmal eine Trockenungsgedünster hinpasteln Wo rein? Hier im Spiel? Wo rein? Wo ist sie hier? Kein machen? Ich hab nix dagegen, ne wieso sollte ich was haben? Hier ist es egal, damit Leute labern kann, also quatschen kann, et cetera, aber ein bisschen blödsinnig ist doch auch nicht verfügt, desto mehr Unterhaltungswert ausbraucher Immer wieder gern willkommen Immer wieder gern willkommen Morgen Immer wieder gern willkommen Nee, aber gleich Macht nicht Mal Boah Du.. 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 Der hat auf einen abgesehen, das gibt doch keine Zu ein... Ah! 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 Hierbei... Ja, machen wir gerade ein bisschen so, äh, erforschen, obwohl keine Gegner da sind. Können wir in Ruhe zumindest spawnen. Ja, machen wir gerade ein bisschen so, äh, erforschen, obwohl keine Gegner da sind. Wir werden gut in den Bogen bauen. Ich hab'seid. Ich hab'seid. Nöööö, ist bei dem irgendwie Buggy. Ja, äh, ein paar Stoffe, ein Ast und dann kombinieren. Du hast da dieses Dingens da. Zahnrad, wenn du ein Ast hinlegst. Halt die Maus drauf und dann zieh ich, was du alles brauchst. Das hast du jetzt nicht gewusst, oder was? Okay, alles gefahren. Naja, gut, passiert. Oh, hier kann man anzünden. Naja, die Fackel. Naja, die Fackel. Naja, die Fackel. Naja, die Fackel. Entschuldigung, ich brauch's nicht mehr. Voll den Sack. Okay, ich hab keine, ich hab keine Pfeile mehr. Geh sterben. Nein. So schlecht bist du. Geh sterben. Oh, ein Fall gefunden. Sehr gut. Ach du, es ist dein Fall, den der verschossen hast. Oh, jetzt war's auf einem gezickt. Ich geh mal da rein. Oh, jetzt war's auf einem gezickt. Oh, jetzt ist have to make her. Nechz, ich bin hier beim Basteln. Nechz, ich bin hier beim Basteln. Hör auf, gezogen zu bringen Eben noch nicht Warte noch am basteln Eben noch nicht Warte noch am basteln Ein Stippe 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 Ein oder zwei Schuss, dann bin ich tot Hör auf Ja Stippe 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 Geh weg Stippe Geh weg Ich muss erst nur speichern, lass mich in Ruhe Ich heule schon vor dem Schmerz Ich kann nicht speichern Stippe 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 Ja. Okay, reicht. Okay, rein. Yep. End im Gelände.